Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänischen Westküste von den deutschen Landbienen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie alle entschaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel. Meinst du? Nein, Herr Feldwebel. Die sind alle Idioten. Ich habe einen Haufen von deutschen Vollidioten. Ich habe einen Haufen. Ich habe einen Haufen. Schöster. Stop! Die små drenge, Ippe. Ich habe einen Haufen. Die små drenge, der råber på deres mord, når de bliver bange. Eller for at sprung narme og ben af. Das ist gut, Karl. Und ich hör mehr um de drenge, så tager ich selvede und skyder dem ein für ein. Forstår du das? Ehe, 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 Ehe. Ernst, komm bitte. Kom her. Ernst. Komm bitte. Du kan godt have fortalte, at det var nogle små drenge, jeg fik op, Ehe. Du har ikke begyndt at holde af dem, vel? Nej. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at bryde op efter sig selv. Du! Du har ikke gjort det. Eller dem er også. Bitte, Hule. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Ja. Ich komme wieder nach Hause. 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 Ich komme wieder nach Hause.